Herzlich Willkommen bei der DIPOS GmbH. Ich zeige Ihnen heute hier kurz am Beispiel KFC, unser neues Produkt, nämlich das DIPOS Self-Order Terminal. Der Kunde, wie hier schon steht, bitte für die Bestellung den Touchdrücken. Ich will nicht in Betrieb essen, ich nehme es mit, also Take-Away. Ich sehe dann hier meine Hauptgruppen. Ich will ein Bucket nehmen, und zwar das Deluxe Bucket. Das System führt mich jetzt durch diesen Prozess, wo ich hier sehe, ich kann hier eine Beilage wählen, ich nehme den Reis zum Beispiel, ich kann ein Getränk wählen, nehme ich das Sprite, ich kann einen TIP wählen, hier jetzt noch Zusatzverkauf natürlich möglich, will ich einen zusätzlichen TIP? Nein, danke, will ich nicht. Will ich ein Dessert? Dann sage ich, okay, ich mag ein Dessert, und zwar das Chocolava. Ich sehe dann hier unten meine gebuchten Produkte. Ich kann das hier jetzt abschließen. Er fragt mich, willst du einen Papiersackerl? Ich sage, ja, zum Mitnehmen. Alternativ zum Ticketmonitor könnte ich jetzt hier eine Pätschernummer eingeben. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel die Nummer 10, okay, und habe hier noch einmal eine Zusammenfassung und schließe die jetzt ab, indem ich mit Karte bezahle, und somit wird eine Rechnung produziert, inklusive der Abholnummer, beziehungsweise der Pätschernummer. Ja, das ist unser TIPOS-Selforder-Terminal, zu sehen natürlich in der TIPOS-Zentrale in Wien und in Salzburg bei der Trillix GmbH. Danke. Danke.